Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Style & Talk. So ein richtiges Thema gibt es heute nicht. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Ich bin gerade dabei, die neuen Liquids von None zu testen. Und dann sind da noch zwei Liquids rausgekommen bei Balea, die nicht so gut sind. Also den einen habe ich halt nicht bekommen. Da bin ich in Freiburg gewesen, als es den bei uns im Laden gegeben hat. Und seitdem ist schon bei uns im Laden leer. Naja. Aber ich habe heute echt so richtig ein bisschen mehr Haut. Ich sollte mich eigentlich da nicht wirklich drüber bemalen. Aber naja, egal. Oder egal. Wir ziehen es trotzdem durch. Was ich gesehen habe, ist, dass ich jetzt seit einem Jahr... Boah, hier der Sonnenschutz, der schaut sehr shiny. Bei mir auf dem Gesicht, der das ist dann bald gegessen. Was ich gesehen habe, ist, ich trainiere seit einem Jahr und so langsam kommen die Ärmchens in Form. Na, man muss da aber so ein bisschen Geduld auch mit an den Tag legen. Und ich habe mir überlegt, ich habe schon ewig lange nicht mehr ein komplettes Jahr trainiert. Komplett, ne? Das war jetzt mal an. Gribal de loup. Ich finde das nicht so gut. Das von Benni Kotz war besser. Das ist sehr wachsig. Aber das brauche ich heute, weil ich sehr viele Hohle im Gesicht habe. Und ja, ich mir auch wieder so ein bisschen im Gesicht rumgedrückt habe. Hashtag Skinpicking bei Rot hilft Grün. Die Bros unter euch, die wissen das ja. So. Ah, das ist alles sehr, 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 sehr wachsig. Das ist nicht so schön, aber naja. Nun kann ich alles haben. Boah, ich habe wieder mal so richtig schlecht geschlafen. Manchmal sind es bei mir äußerliche, also extra Faktoren, aber ganz oft kickt halt entweder die hormonelle Problematik rein. Und da bin ich immer so ein bisschen wütend, weil wenn ich dann mal wirklich schlafen könnte, weil keine externen Faktoren an der Schulter waren sind, dann kann ich nicht schlafen, weil mein Körper einfach nicht hält. Das hasse ich immer, das hasse ich wirklich. Weil gerade, was das Training betrifft, ist halt Regeneration richtig wichtig. Und ich habe nicht so viel, äh, Generation, äh, Regeneration, äh, mitbekommen, dieses Wochenende. Weil ich einfach nicht geschlafen konnte, so, ne? Zwei Tage am Stück nicht, zwei Tage am Stück nicht. Warum bin ich denn heute so shiny, shiny im Gesicht? Schon lange, äh, nicht mehr, äh, passiert. Deshalb, äh, Sonnenschutz habe ich drauf. Den von Yuki, der ist ja normal, der ist ja nicht so shiny, shiny. Das mache ich jetzt platt mit, das gibt es aber nicht, mit Mineralpuder Make-up von, ähm, Alverde. Ich würde das Mineral Make-up auch nicht empfehlen, weil, das gilt so nach. Ach, also ideal ist es nicht. Aber, auf so eine Grundlage, die ich da gerade liefere, ist das gar nicht so übel. So. Und mit Grundlage meine ich, dieses Fettige, da haftet natürlich das Mineral Make-up richtig gut. Und, ich, ähm, hab mich ja entschieden, aus Nachhaltigkeitskünden, wenn ich ja irgendwie nie, äh, ein Make-up leer kriege, dass ich das halt, äh, jetzt wirklich zukünftig mit Mineral Make-up machen werde. Hoffentlich bereue ich das nicht. Dieses Gefäß, wo das meine Reim-Make-up drin ist, das ist so drecklich. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, meine Haut, das war das so fettig. Why? Wahrscheinlich, weil ich auch nicht so gut gebrennt habe. Obwohl, was habe ich genommen? Ich habe dieses neue Produkt von No getestet. Also, eins von den Liquids, das Lillane, also das Gliederfarbene. Ähm, gerade weil ich auch so Hautreizungen habe. Man sieht sie ja auch so ein bisschen. Ähm, eben auch auf meiner Haut zu gucken, was macht das Produkt, wie schnell, äh, reagiert das Produkt. Das ist ja richtig fertig. Fertig. So, ich habe von mir aus gesehen, nächste Woche, meinen ersten Termin bezüglich, äh, der Ausbildung. Ich bin etwas nervös, muss ich sagen. Denn ich weiß immer noch nicht so hundertprozentig, äh, wie ich das jetzt mache. Denn konzentrationstechnisch, äh, ist bei mir halt schon so, ich kann mich gerade im Moment, im Moment ist es richtig heftig. Ich kann mich nicht so, äh, also nicht konstant konzentrieren. Nicht, gar nicht. Und ich muss halt gucken, wie ich das halt mache, jetzt erstmal ohne Medis. Wahrscheinlich werde ich, äh, Medis im November verschrieben bekommen. Und da habe ich halt auch so ein bisschen Schiss, dass ich, äh, mir zu viel voraustelle. Äh, von was rede ich? Ich rede von ADHS-Medikanten. Und dann ist ja auch noch die Möglichkeit, äh, dass die Diagnostik nichts mehr gibt. Und das glaube ich aber, äh, weniger. Aber je mehr ich, äh, an den Termin komme, das sind ja zwei Termine, äh, Ende Oktober, desto nervöser bin ich. Und desto mehr fragst du dich natürlich schon so ein bisschen, äh, hast du das? Oder hast du das nicht? Wirklich? Na? Naja. Ich bin heute nicht begeistert. Versuchen wir mal die Hardcore-Version. Hey, Wahnsinn. Ja, jetzt geht's langsam. Jetzt geht jetzt langsam. Ah, normale Reise, reicht das immer, wie ich das mit dem Pinsel auftrag? Und das Problem an dem Mineral-Make-up ist halt, das geht halt richtig schön in die gelbliche Richtung. Das war damals ein Sortiment. Aber es gab nur irgendwie so drei Farben. Und das ist die einzigste, die einigermaßen in meine Richtung gegangen ist. Und mit Abwägen bin ich immer bei den Produkten geblieben. Wusstigerweise, weil da ist schon viel drin. Na, das musst du ja erstmal leer kriegen. Schatz, halb leer. So. Wo wir schon bei den Puder-Produkten sind. Da machen wir meine Augen auch kurz. Das ist das Mineral-Make-up von LILOLO. Das würde ich mir auch kaufen. Das ist auch ganz anders gepresst. Das hat so eine Probe. Die kann man sich kaufen. Bei Eco Verde beispielsweise. Um mal hier so zu gucken, passt das oder passt das nicht. Na. Und auch die Probe habe ich schon gefühlt ewig. Und durch das, dass ich kein extra Produkt mehr als Primer habe. Wenn ich so eine fettige Haut habe, wie ich sie heute habe, dann kriege ich das natürlich alles weg. Das ist natürlich scheiße. Und da darf man bei sowas nicht zu sparen. Ne. Ich will heute was nicht so auffälliges machen. Da habe ich nicht so Lust drauf. Ich merke gerade, ich habe meinen Stift nicht da. Dann gibt es halt nur Augenbrauen-Gel. Und das ist was, was ich schon brauche. Weil meine Augenbrauen richtig heftig grau werden. Gerade auf der Seite. Und das sieht von weiter weg aus, als hätte ich keine. Ja, aber die sind schon da. Wenn man sie anmalt, dann sieht man sie nämlich plötzlich. Und das gar nicht mal so übel. Wenn man einen richtig schönen Fülde. Ich bin mir da schon immer so ein bisschen am überlegen, ob ich die mal nachfärben soll. Wir hatten da Erfahrungen damit. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das kann man ja auch beim Friseur so machen. Nebenher. Ich muss jetzt eh. Dann darf man wieder Haare schneiden. Momentan bin ich lustigerweise ganz befrieden. Nur mein Pony hat ich die noch nicht selber geschnitten. Da schimpfen sie ja beim nächsten Mal wieder. Komm doch lieber vorbei und so. Aber. Meistens passt es nicht von der Zeit her, wenn du dann keinen Termin hast. Und mein Friseur ist das echt super. Ich nehme übrigens das hier. Und ich denke, ich werde mal den hier verwenden. Und den hier. Das ist so alltagsmäßig gar nicht mal so übel. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Bei meinem Friseur ist das halt so toll. Ich muss da nichts zahlen für. Also für so Stammkunden. Kurz Pony schneiden. Ist aber auch mega interessant. Das macht halt jeder irgendwie so ein bisschen anders. Und dann merkst du halt, warum das selber schneiden. Es gibt Leute, die das super gut können. Ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Und ich stehe auch dazu, dass ich das nicht kann. Es gibt halt Leute, die das super gut können. Aber man merkt halt, wenn das eine Friseurin macht, dann... Die macht das ganz professionell. Gibt es allen. Die macht das so in Schichten. Eine andere macht es mit Messer. Das ist voll crazy. Und dann hebt der auch. Ich kann mir immer nur so von zu Hause aus so ein paar Millimeter abschneiden. damit ich noch rausgucken kann. Weil sonst wird es echt rum und schief. Von dem her Hut ab. Von den Leuten, die das ganz gut können. Ich kann das halt echt nicht so gut. So. Aber ich muss jetzt demnächst, wie schon gesagt, immer meine Haare wieder schneiden. Und da bin ich mir echt am überlegen, ob ich die Augenbrauen färben soll. Aber ich bin es mir echt am überlegen. Aber ich denke mir immer so, ach, das geht nicht. Das sieht man alles unter dem Pony nicht so. Aber dann gucke ich wieder in den Spiegel und denke mir. Ich verwende ja übrigens von Lavera den Eyeliner. Der ist nicht schlecht. Und bei solchen Produkten achte ich halt schon immer ganz gerne darauf, dass das halt Naturkosmetik ist. Weil das halt durchweg auch vorkommen kann, dass gerade in solchen Produkten Mikroplastik drin ist. Da wird gerade bei so Hair-Kosmetik und bei Deko-Kosmetik nur einfach einmal noch viel zu wenig drauf reagiert. Ich bin so gespannt, wenn ich die ADHS-Medikamente habe, ob das mit dem Handy zittern besser wird. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. In meiner Welle ist heute Sonntag. Ich habe irgendwie in der Woche, habe ich es nicht hinbekommen. Nicht, weil ich so einen Stress habe. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe das schon Anfang der Woche gemerkt, ob das die Woche nicht so gut laufen wird. Meine obligatorischen vier Videos die Woche zu machen. Ich habe mit Hörschutz gepennt. Denn jetzt habe ich irgendwie so etwas wie Ohrenschmerzen, was schon sein kann. Das wäre richtig kackig. Ich neige so ein bisschen zu Ohrenentzündungen auch. Ich habe einmal, und das habe ich nicht so ganz wahrgenommen, aber ich war voll erschrocken. Ich habe heute gemerkt, oder hatte ich meinen Tinnitus noch nicht, dass meine Ohren nicht mehr aufhören zu pfeifen. Und das war richtig heftig. Und ich war in Vertretung bei einer anderen HNO-Ärztin. Und die hat das einfach nicht gesehen, so. Die meinte noch zu mir, ach, das ist alles nicht so schlimm. Und mein HNO guckt mir so in die Ohren, nachdem das Ohr halt richtig dick geworden ist. Ich habe echt gedacht, so meinen Kopf zu reißen. Guckt mir so ins Ohr und meint so, ups. Und da habe ich zum ersten Mal dann so eine Kortisonkur gekriegt. Da hatte ich auch erst mal so Angst. Dann hatte gleich jemanden, nein, nein, das ist nur kurzfristig. Also ich habe kurzfristig ganz hoch anfangen müssen. Und dann musste ich gleich so viertelweise runtergehen. Also du fängst mit einer Kortisonzahl X an, und dann gehst du viertelweise, weil du die Tabletten so vierteln konntest, runter. Gleich wieder. Ich dachte echt, als ich da die erste genommen habe, ich sehe doppelt. Also das hast du schon gemerkt, finde ich. Weil Kortison ist ja auch ein Hormon. Und wenn du eh so ein bisschen mit so Stressprobleme hast, dann spürst du das schon. Und du weißt ja, bei Stress wird Kortison ausgeschüttet. Und ich habe das echt krass gemerkt, ja. Ich weiß, ich habe noch keine Wimpern-Tusche drauf. Ich darf das nicht vergessen. Ich darf das nicht vergessen. Ich wollte übrigens tatsächlich mal ein Video machen über meine Kosmetik, die noch hier ist. Die ich von damals ja noch habe. Und das immer so ein bisschen mit kleinen Geschichten verbinden. Der Marcel und die Blava-Mami haben sich das gewünschen. Ich habe nicht mehr viele Sachen von früher. Das ist aber zum Beispiel was, was ich von einer Abonnentin gekriegt habe. Weil ich kann mich noch daran erinnern. Und nein, meine ist mir hingefallen. Und da hat die mir ihren gegeben. Aber ich habe echt richtig viel weggeworfen. Das ist echt krass. Wenn man sich mal überlegt, was man da damals alles gekauft hat. Man hat mir ja das letzte Mal unter das Video geschrieben, also ich mache das mit dem Eyeliner halt immer so. Sonst fühle ich mich nicht wohl. So, entweder ich schminke mich. Oder ich schminke mich halt nicht. Und wenn ich mich schminke, dann ist immer Eyeliner mit im Spiel. Und jetzt machen wir noch eine Runde Mascarino. Und da habe ich halt echt immer noch nicht so die Ideale. Weil gerade Maske war das prädestiniert für Mikroplastik. Was echt gar nicht sein muss. Gerade diese Dinger, die irgendwie Länge versprechen und so. Ich habe jetzt halt zwei von Alterra mal aus dem Blauen herausgekauft. Nicht, wenn ich irgendwie weiß, so die machen dies, das und jenes. Eine davon ist die hier. Ja, geht schon. Geht schon. Aber auch die überzeugt mich nicht. Also bei mir ist es meistens so, dass so Mascaras am Anfang bei mir meistens nicht so toll sind. Ich lasse die immer alt werden. Aber passt bei solchen Sachen wirklich auf. Ihr wisst ja, ich bin da recht schnell damit, was heißt recht schnell, halt Mascara schmeiße ich jetzt nicht nach sechs Monaten weg. Aber wenn sie mal zwei Jahre bei mir ist und ich merke, ups, dann schmeiße sie es schon weg. Immer an den Sachen riechen. Immer an den Creme-Produkten gucken, wie verhalten die sich. Weil solche Produkte kriege ich in der Regel auch nicht leer. Ähm, das ist halt schade, dass der so wachsig ist. Naja. Aber das hier kriege ich eigentlich immer leer. Weil, äh, das mache ich mir eigentlich immer drauf, auch wenn ich, ähm, äh, nix geschminkt bin. Da sind noch meine, äh, Ringe. Einmal. Zweimal. Ich glaube, die Stirn ist jetzt einigermaßen okay. So, mein Pony ist nicht ganz, äh, in Ordnung. Ich hab da heute wieder, äh, ein bisschen Serum auf die Kopfhaut gegeben. Das kann ich euch echt nur empfehlen, weil so eigene Kopfhautprodukte gibt's nicht so gut. Also, Balea, probiert da gerade rum. Nehmt eure Serien, die gut formuliert sind, die nicht nachfetten und packt die drauf. Ich nehm ja das eine, äh, von Isana, Age Performance, performance, irgendwas heißt es, äh, sonst, keine Ahnung. So, ihr Lieben, ich melde mich ab und sag danke fürs Einschalten. Für das bisschen, äh, wie ist das, jenes Quatschen. Und ich sag danke fürs Einschalten, das hab ich schon gesagt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!